Herzlich Willkommen zum Umbaucam Video von dem Wi-Fi USB Adapter AC600. Das ist ein wireless LAN Adapter für den Mac und für den Windows PC. Das ist eine der wenigen Adapter die auch für macOS sind. So, jetzt zeige ich auch mal hier die Spezifikationen. Wie man sieht, kein Windows 10 und auch nur das alte macOS Mountain. Da ist noch kein Yosemitee oder El Capitan Unterstützung dabei. Laut Support ist da auch noch nichts da. Das heißt abwarten und Tee trinken, ob da überhaupt noch was kommt. Daumen nach unten, definitiv. Trotzdem zeige ich euch nochmal. Das ist schon mal ausgepackt, natürlich schon mal getestet. So, dann noch eine kleine Packung hier. Da werden wir jetzt drüber. Da werden wir jetzt drüber. Ja, die Treiber-CD sind dabei. In diesem Zettel hier. Hier kommt das eigentliche Handbuch. Die Installationszeit. Bei Windows mag das Ganze vielleicht sogar noch funktionieren, da viele Treiber von Windows 8 auch noch auf Windows 10 funktionieren. Also hier würde ich nicht unbedingt aufschließen wollen, dass das nicht funktioniert. Und die Installation sollte recht einfach sein. Wenn es denn funktioniert. Jetzt kommen wir hier zur Installation auf einem Mac. Jetzt nicht lachen Leute. Da steht nämlich vielleicht was sehr lustiges. Da steht nämlich irgendwo noch Tiger drauf. So, also so sieht das Ganze jedenfalls aus. Leopard, sorry, nicht Tiger, sondern Leopard. Ja, ein sehr aktuelles Betriebstil, wie wir alle wissen. Ähm, ja. Installation ist, so läuft ja auch hier wieder beschrieben. Allerdings ist das Problem danach, dass es leider nichts passiert. Das heißt, man klickt dann auf diesen Bereich oben drauf, wo sich dann eigentlich hier dieser Wifi-Bereich öffnen müsste. Nicht direkt auf dem Wifi-Logo, sondern das ist nochmal ein extra Icon. Aber da passiert leider nichts. Jetzt ist es eben so, weil die Treiber einfach zu alt sind, um auf El Capitan zu funktionieren. Ich denke, bei Yoselvity ist es genau dasselbe. Das würde auch nicht funktionieren. Daher hat man hier extrem geschlafen. Ja, keine Kaufempfehlung definitiv nicht. Der ist zwar sehr klein, dieser Adapter, wie man hier sieht. Das ging gerade mal hier aus. Das ist nicht so einfach, wenn man eine Hand mehr hat. Auch schon mal einen Falltest gemacht. So, da haben wir es. Hier ist das gute Stück. Also, er ist wirklich ziemlich klein. Gibt aber noch kleinere Adapter. Der Preis ist wie bei etwa 26, 27 Euro. Ich habe diesen jetzt hier Mediamarkt geholt. Um einfach mal zu schauen, was ist denn so ein Wireless Adapter für Mac da. Aber, ja, von dieser Marke würde ich sagen, Finger weg. Bringt absolut nichts. Support ist zwar erreichbar gewesen und auch über irgendein Umwege. Es gibt hier übrigens eine 10 Jahre Garantie. Hier steht es auch nochmal drauf. Ja, sofern es dann funktioniert, macht das Ganze auch Sinn. Ist auch schön, dass man 10 Jahre Garantie gibt. Nur, wenn das Ganze nicht funktioniert, weil die Treiber nicht aktuell sind. Ich meine, wir reden hier von Treibern. Die sind schon zwei bis drei Jahre alt. Ja, teilweise sogar noch länger. Und das letzte Treiber-Update ist von 2014, dass man herunterladen kann. Das ist die Version 1. Ich nehme an, das ist dieselbe Version als hier auf der CD. Ja, von da aus keine Kaufempfehlung. Definitiv nicht. Wenn ihr diese Adapter seht von Sidecom, Finger weg. Schaut lieber, dass ihr was anderes bekommt. Denn ohne aktuelle Treiber macht das Ganze keinen Sinn. Und es ist auch schade, dass man hier seit Jahren versäumt hat, überhaupt ein Treiber-Update zu machen. Die Qualität und Geschwindigkeit ist eigentlich in Ordnung. Ja, wenn man hier sieht, 150 bis 400 MPS ist es in Ordnung. Das ist ausreichend für die normalen Sachen. Es gibt natürlich noch einen schnelleren Adapter von Sidecom mit USB 3.0. Der wird aber auch dieselben Treiber haben. Das heißt, der wird auch keine aktuellen Treiber haben, so ich das sehe. Und deswegen kann ich nur sagen, Finger weg. Macht keinen Sinn. Ja, zumindest ist er so gut erreichbar gewesen. Ja, soviel dazu. Danke fürs Zuschauen.